So, Slavia, Prag auf der einen Seite und Paris auf der anderen Seite. Slavia, Prag hält bei vier Punkten, Paris bei einem Punkt. Stark auf jeden Fall Slavia. Ja, mit einem weiteren Sieg könnten sie schon so gut wie weiter sein. Applaus Ja, die Tube beginnt. Schau mal. Schön gemacht für ihn. Oh. Oh. Gott sei Dank. Das war jetzt richtig Glück. So, mit Stoff über die andere Seite. Martin. Schau mal. Ja. Eier Mann. Bei uns, auf der Seite. Laufenden Wettbewerb. Ja. Ich bin. Ja. Dann hab ich da. Vielen Dank. 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 Oh... Oh... ... 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 Nein. Scheiße, liegt jetzt einer verletzt. Na gut, Punkterteilung. Ja. Verdient aber. Klingelingeling. Ja kommt der. Ja Mann. So, weiter gehts. Gar. Ja, ist das Terracer. Du hast, 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 du hast.